Es ist so süß, Gurtchen. Man merkt die Widerhaken in den Füßen. Ja, es ist so unglaublich. Wo ist sie jetzt auf dem Rücken? Hinten, an dem Hinterkopf. Dieses Köpfchen. Ja. Guck mal, wie es guckt, ne? Ja. Ihr unglaublich beweglicher Kopf. Wie sie immer so fühlt und guckt, wo sie sich hinhandeln kann. Guck mal, wie sie sich halten kann, wa? Guck mal, wie sie sich halten kann, wa? Guck mal, wie sie sich halten kann, wie sie sich halten kann, wie sie sich halten kann. Jetzt habe ich die Lampe da. Oh, ja. Oh, jetzt fliegt sie gleich los. Ist eine Heuschrecke.